Krippel wie Sinidhi 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 Khatars Debüt Alles oder Nix ist in Hip-Hop-Kreisen inzwischen Kult. Jetzt liefert der Bonner die Fortsetzung Alles oder Nix 2. Der Alphatier-Rapper erzählt Geschichten zwischen Knast und Freiheit, die stets glaubwürdig rüberkommen. Leider verliert der Barber aller Barbers dabei viel von seiner früheren Lockerheit. Ein burschikoser Auftritt, dazu viel Sinnlichkeit und Charakter. Eloise Letizier alias Christine and the Queens ist inzwischen eine große Nummer in der Indie-Szene. Mit Chris legt die Französin jetzt endlich ihr zweites Album vor. Es ist eine coole Platte, aber nicht so cool wie das Debüt vor vier Jahren. Redemption How long till I drink from the fountain? Redemption How high till the top of the mountain? Als Jugendlicher stand er schon mit Bibi King auf der Bühne. Heute gilt Joe Bonamassa als einer der größten und fleißigsten Blues-Rocker des Planeten. Jetzt gibt es endlich mal wieder ein neues Studioalbum, das Redemption heißt und zeigt, Bei dem, was er macht, ist Joe Bonamassa im Grunde konkurrenzlos. Gute Stimmen gibt es viele, aber so einzigartige wie die von Macy Gray findet man nur ganz selten. Die größten Erfolge des R'n'B-Originals liegen einige Jahre zurück, aber Macy Gray ist immer noch da und wie man auf Ruby hört, ist sie immer noch eine Meisterin ihres Fachs. Ich bin mein sugar, sugar daddy, sugar, sugar daddy.